Versuch, mich zu fangen. Try to catch me. Hast du Bananen gekauft? Did you buy bananas? Ich habe über eine Woche auf dich gewartet. I've been waiting for you for over a week. I've been waiting for you for over a week. I've been waiting for you for over a week. Biege an der nächsten Kreuzung nach rechts ab. Turn right at the next crossing. Turn right at the next crossing. Der Polizist verfolgte den Dieb. Wann beginnt das Leben? When does life begin? Ich fand das irgendwie seltsam. Der Mörder wurde hingerichtet. Vergangenen Sommer reiste ich nach Italien. Maria spricht drei Sprachen. Während unserer Reise passierte nichts Außergewöhnliches. Nothing unusual happened during our trip. Nothing unusual happened during our trip. Sind deine Hände sauber? Sind deine Hände sauber? Are your hands clean? Are your hands clean? Are your hands clean? Ich will, dass es geschehe. Ich will, dass es geschehen? Wissen Spielzeug ist das da? Whose toys are those? Detroit ist eine gefährliche Stadt. Detroit is a dangerous city. Wie viele Polizeiautos habt ihr gesehen? How many police cars did you see? Er war wohl ein großer Sportler. He seems to have been a great athlete. Du hast Glück gehabt, dass du es gefunden hast. It was lucky for you that you found it. Wie geht's deiner Familie? Wie geht's deiner Familie? Where the hell are you? Wir haben großartige Neuigkeiten. We have some great news. Geht sie morgen aus? Is she going out tomorrow? Is she going out tomorrow? I planted this tree three years ago. 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 Rice grows in warm climates. 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 Why are you crying? Why are you crying? It's just a movie. Why are you crying? It's just a movie. Why are you crying? Why are you crying? It's just a movie. she sat in warm climates. The other way. She sat surrounded by her grandchildren. Es gibt noch eine Sache, die ich nicht verstehe. Es gibt noch eine Sache, die ich nicht verstehe. Können Sie Ihre Beine noch bewegen? Can you still move your legs? Ich kann es nicht länger erdulden. Kann ich draußen spielen gehen? May I go out to play? Ich vertraue euch einfach nicht. Ich war letzte Woche auf Geschäftsreise. I was on a business trip all last week. Ich versuchte, meinen Freund von einer Heirat abzubringen. I tried to talk a friend of mine out of getting married. Dieses Auto ist ein Elektrofahrzeug. Ich war die letzte, die sie gesehen hat. 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 Sie wohnt 500 Meter von hier. Ich war die letzte, die sie gesehen hat. She lives 500 meters from here. Kannst du mir verraten, warum du aus dem Nähkästchen plauderst? Sie sahen Pedro mit dem Kunstlehrer sprechen. 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 Aluminium wurde teurer als Gold. Aluminium became more expensive than Gold. Haben Sie diesen Film schon einmal gesehen? Die letzte Woche waren wir sehr beschäftigt. We were very busy last week. Ein Jahr später kam eine Fortsetzung heraus. A sequel was released a year later. A sequel was released a year later. Ich kann dich beschützen. Du sagtest mir, du wärst heute nicht hier. Er ist klug und gut. Er ist gut aussehend. He's smart and beautiful. Stimmt es, dass du Maria geküsst hast? Die Geschichte wurde ursprünglich auf Englisch geschrieben. Die Geschichte wurde ursprünglich in Englisch. Warst du jemals in Paris? Have you ever been to Paris? Have you ever been to Paris? Ich habe drei Französisch Lehrbücher. 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 Nur sie kann den Computer benutzen. Einmal im Monat isst sie mit ihrem Vater zu Mittag. Once a month she has lunch with her father. Once a month she has lunch with her father. Once a month she has lunch with her father. Sie hat ihre Klasse gut unter Kontrolle. She has good control over her class. Ich wurde zu ihrer Geburtstagsfeier eingeladen. I was invited to her birthday party. I was invited to her birthday party. Ich war mir plötzlich nicht mehr sicher, ob ich meinen Wagen abgeschlossen hatte. I was suddenly unsure if I'd locked my car. I was suddenly unsure if I'd locked my car. Ich hatte außerordentliches Pech. I was exceptionally unlucky. I was exceptionally unlucky. Der Berg ist verschneit. Das Berg ist nach Holz zu sein. The mountain is covered with snow. Wie viel muss ich für drei Minuten nach Polen zahlen? How much will I pay for three minutes to Poland? How much will I pay for three minutes to Poland? How much will I pay for three minutes to Poland? Das werden zehn Dollar sein. That will be ten dollars. That will be ten dollars. Kommst du oben an das Bücherregal? Can you reach to the top of the bookshelf? Can you reach to the top of the bookshelf? Niemand tröstete dich, als du traurig warst. Nobody consoled you when you were sad. 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 Er sieht nicht besonders glücklich aus. He doesn't look very happy. He doesn't look very happy. Sie brauchen Nahrung und Wasser. They need food and water. Was haltet ihr von Reggae? What do you think of Reggae? Könnt ihr mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Can you direct me to the train station? Wann stehen Sie morgens auf? What time do you get up in the morning? Sein Flieger ist noch nicht am Flughafen angekommen. His plane has not arrived at the airport yet. Warum ist der Hase ein Symbol für Ostern? Er scheint in seiner Arbeit vertieft zu sein. Was verbirgt sich dahinter? Hört auf, euch wegen Kleinigkeiten zu streiten. Don't make a big deal out of nothing. Don't make a big deal out of nothing. Ist es gesund, jeden Tag eine Knoblauchknolle zu essen? Is eating a clove of garlic every day beneficial to your health? Is eating a clove of garlic every day beneficial to your health? Ich kann nicht glauben, dass ich in diesem Jahr meinen Abschluss machen werde. I can't believe I'm graduating this year. I can't believe I'm graduating this year. Die Welt dreht sich nicht um dich. Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? What do you do in your free time? Sie hatte ganz einfach keine andere Wahl. She simply had no other choice. She simply had no other choice. Australien soll ein wundervolles Land sein. They say Australia is a wonderful country. I didn't know you were such a good golfer. I didn't know you were such a good golfer. I didn't know you were such a good golfer. Möchtest du mit mir ausgehen? Do you want to go out with me? Do you want to go out with me? Wir können unter diesen Bedingungen nicht arbeiten. We can't work under these conditions. We can't work under these conditions. Ich habe es euch bereits gesagt. Das ist der Katalog vom heurigen Jahr. Du hast ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Hast du den Wecker nicht gehört? Didn't you hear the alarm clock? Didn't you hear the alarm clock? Didn't you hear the alarm clock? Gehst du oder bleibst du? Are you going or staying? Are you going or staying? Bist du noch ganz bei Trost? Have you taken leave of your senses? Have you taken leave of your senses? Have you taken leave of your senses? Sein chef bringt ihn um. He will be killed by his boss. He will be killed by his boss. He will be killed by his boss. In diesem Dorf gibt es nichts zu tun. There's nothing to do in this village. There's nothing to do in this village. Italienisch und Spanisch sind sehr ähnlich. Italienisch und Spanisch sind sehr ähnlich. Italienisch und Spanisch sind sehr ähnlich. Der Gärtner ging in den Garten. The gardener went into the garden. I've lost count of how many times you've helped me. I've lost count of how many times you've helped me. Ich bin zu allem zu müde. I'm too tired to do anything. I'm too tired to do anything. Ich bin meinem Freund egal. My boyfriend doesn't care about me. My boyfriend doesn't care about me. My boyfriend doesn't care about me. Der Unfall passierte an der Ecke. The accident took place at that corner. The accident took place at that corner. Hat es sonst einer gesehen? Did anybody else see it? Weißt du meinen Namen noch? Do you remember my name? Do you remember my name? Ich habe sie nie geliebt. I was never in love with her. I was never in love with her. Ich entschuldige mich dafür, was ich gesagt habe. 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 Wir haben das Problem in einer Woche gelöst. Wir haben das Problem in einer Woche gelöst. Wir haben das Problem in einer Woche gelöst. Wenn in England Winter ist, dann ist in Brasilien Sommer. When it's winter in England, it's summer in Brazil. Er spricht Französisch flüssig. Du hättest es besser wissen müssen. Das Zitat wurde aus dem Zusammenhang gerissen. Die Freiheitskämpfer lehnten sich für die Rechte. Die Freiheitskämpfer lehnten sich für die Rechte ihres Volkes auf. The Patriots stood up for the rights of their nation. The Patriots stood up for the rights of their nation. Alle lobten Ken für seinen großen Mut. Everybody praised Ken for his great courage. Everybody praise Ken for his great courage. Everybody praised Ken for his great courage. Dein unermüdliches Arbeiten verdient Dank. Your tireless efforts deserve thanks. Your tireless efforts deserve thanks. Sie verstrickten ihn in ein Komplott. They entangled him in a plot. 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 Bitte ruft mich heute Abend an. Please call me tonight. Please call me tonight. Please call me tonight. Er ist Umweltminister. He is the minister responsible for the environment. He is the minister responsible for the environment. He is the minister responsible for the environment. Verkürze dir nicht den Morgen durch spätes Aufstehen. Do not shorten the morning by getting up late. Do not shorten the morning by getting up late. Do not shorten the morning by getting up late. Ich glaube, dass er nie zurückkommen wird. I think he will never come back. Ihr hättet bei ihm bleiben sollen. Du konntest nicht anders. You didn't have any choice. Du brauchst morgen nicht ins Büro zu kommen. You don't need to come into the office tomorrow. Tom mag Menschen, die ihm ähnlich sind. Tom likes people similar to himself. 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 So ein dickes Buch schaffe ich in einer Woche nicht. I can't read such a thick book in a week. I can't read such a thick book in a week. I can't read such a thick book in a week. I can't read such a thick book in a week. Diese Musik geht ihm auf die Nerven. That music gets on his nerves. That music gets on his nerves. That music gets on his nerves. Ihre Lage ist vergleichbar mit meiner. Her condition is comparable to mine. Sie sagten mir, es wäre deine Schuld. Er schaute um sich, als erwarte er jemanden. He was looking around as if he was expecting someone. Gestern war eine Bullenhitze. Möchtest du mit mir zu Abend essen? Wünschen Sie sich, Sie könnten in den Weltraum... Do you wish you could travel in space? Do you wish you could travel in space? Hast du irgendeine Ahnung, was das ist? Do you have any idea what that is? Do you have any idea what that is? Arabisch wird von rechts nach links gelesen? Arabic is read from right to left. Und da ist die Frage. Ich bin ein paar Minuten. Ich bin ein paar Minuten. Ich bin ein paar Minuten. Ich bin ein paar Minuten.